Ihr kennt das Problem. Ihr wollt digitalisieren. Ihr wollt online gehen. Ihr wisst aber nicht wie, ihr wisst nicht wo. Ihr seid Einzelhändler, ein Hersteller, klein oder groß oder mittel, egal. Ihr fangt an zu googeln, landet bei irgendeiner Agentur, die unbezahlbar ist. Und dann kommst du einfach nicht weiter, weil so ein Budget hast du am Anfang gar nicht. Und deswegen habe ich die G-Digital ins Leben gerufen, eine Messe in Essen am 14.06. Dort könnt ihr hinkommen. Dort könnt ihr euch kostenfrei alles anschauen. Ihr könnt euch Vorträge von Fachleuten anhören. Einfach mal schauen, was die Aussteller vor Ort sind. Teilweise sehr kleine Aussteller vor Ort, mittlere. Da kriegt ihr auch noch vernünftige Preise, guten Service auch geboten. Die haben tolle Produkte. Kommt da vorbei. Ich sage euch, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Und dort könnt ihr mit Sicherheit viel mitnehmen. Und dann wisst ihr, ob ihr online gehen wollt, könnt. Und ihr wisst auf jeden Fall, wohin es in der nächsten Zeit dann auch geht. Weil das ist ja immer das Problem, dass man einfach nicht weiterkommt, weil man vor einem riesen Berg vor Aufgaben steht und die einfach nicht gelöst bekommt. Ja, und insofern freue ich mich ganz besonders, dass eBay Hauptsponsor ist und das Thema da voranbringen wird. Und wir sehen uns dann also am 14.06. in Essen. Ihr werdet es nicht bereuen. Verspreche ich euch.